Nicht den Tod sollte man fürchten, sondern dass man nie beginnen wird zu leben. Man kann dem Leben nicht mehr Jahre geben, aber man kann den Jahren mehr Leben geben. Hallo zusammen und einen schönen guten Tag wünsche ich euch. Leute, wir müssen weiterhin gelassen bleiben, auch wenn wir in einigen Kommentaren hören, ja, Gelassenheit, das bringt wohl nichts, irgendwie sollte man aggressiver vorgehen. Nein, wir bleiben dabei, wir bleiben gelassen und damit uns das gelingt, ja, da haben wir unser Intro ein wenig verändert und wer das gesamte Video sehen möchte, einen Link dazu findet ihr in der Beschreibung. Wie gesagt, wir bleiben gelassen, wir bleiben auf unserem Weg, wir bleiben dabei, dass wir spazieren gehen und Gesicht zeigen. Im Allgemeinen denke ich mal, dass das einen sehr großen Effekt hat und dass wir an vielen Ecken und Enden sehen, dass es bröckelt und bröselt und zwar gewaltig. Weiterhin sollten wir uns ja nicht abgewöhnen, über den Tellerrand hinauszuschauen. Das soll man ja als demokratisch denkender Mensch, als hinterfragender Mensch ja auch immer machen. Und so schauen wir mal in den Vereinigten Staaten und überhaupt auf den amerikanischen Kontinent. Und da haben wir mal zwei Meldungen für euch rausgesucht. Gut, erstens, der amerikanische Präsident Joe Biden durfte sich eine Entgleisung leisten, die sich so andere Präsidenten oder andere Regierungschefs oder Staatsoberhäupter nicht hätten leisten dürfen. Nun gut, Biden darf es. Er hat bei einer Pressekonferenz, als er glaubte, die Mikrofone waren abgeschaltet, hat er einen Reporter von Fox News als dummen Son of a Bitch, also einer, ja, ihr wisst alle, was gemeint ist, bezeichnet. Das ist menschenunwürdig, das ist menschenverachtend. Aber gut, der eine darf, der andere nicht. Wir sehen das ja weltweit. Bei uns geht das ein bisschen anders. Bei uns dürfen zum Beispiel die Abgeordneten sechs Monate als genesen gelten und der Normalbürger nur drei. Nun gut, all das trägt dazu bei, dass die Menschen erkennen. Man kann es ihnen nicht erklären, haben wir mal erfahren vor einiger Zeit. Man muss es ihnen zeigen, sie müssen es lernen. Ja, die zweite Meldung vom amerikanischen Kontinent kommt übergreifend von den USA und Kanada. Dort gibt es eine Initiative der Truckerfahrer. Ziel ist es, eine Sternfahrt zu organisieren, bei der bis zu 150.000 Trucks auf dem Weg sich nach Ottawa, der kanadischen Hauptstadt, machen, um gegen Corona-Maßnahmen zu protestieren. Es geht im Einzelnen um mehrere Sachen. Speziell, glaube ich, darum, dass an den Grenzen zwischen Kanada und USA relativ Chaos herrscht. Und die Truckerfahrer mit erschwerten Bedingungen, ja, da arbeiten müssen. In Amerika sind ja viele Maßnahmen aufgehoben. In Kanada ist es sehr restriktiv. Ja, ähnlich wie bei uns. 150.000 LKWs auf dem Weg nach Ottawa. Wir werden sehen, was das für Bilder gibt. Wir halten euch da auf dem Laufenden. Eine sehr gute Aktion finden wir. Kommen wir nach Südostasien. In China haben die Behörden wieder mal einen Massentest angeordnet. Und zwar ist eine Region betroffen um die Hauptstadt Peking. Da sind da zwei Millionen Menschen betroffen. Und der Hintergrund ist es. Die bevorstehenden Olympischen Winterspiele und die Inzidenzzahlen. Ja, die Hauptstadt hat praktisch eine Riesenanzahl von neuen Infektionen. 14 Neuinfektionen in der Region Peking. Binnen eines Tages, da kann man schon mal einen Massentest anordnen. Und wenn der eine oder andere jetzt behauptet, man würde mit Kanonen auf Spatzen schießen. Leute, bitte etwas mehr Respekt vor der Pandemie. Tja, und damit der Respekt nicht abebbt und dass die Angst und Panik aufrechterhalten wird, da greifen die Medien dann schon mal in die Trickkiste. Weltweit mehr als 21 Millionen wöchentliche Neuinfektionen muss hier gemeldet werden, weil die Horrorzahlen aus Deutschland allein, die vom RKI herausgegeben werden, vielleicht nicht mehr ausreichen, um eine Pandemiemüdigkeit und ein verstärktes Hinterfragen zu verhindern. Noch eine interessante Meldung kommt aus Baden-Württemberg. Auch hier hat ein Gericht die 2G-Regel für den Handel gekippt. Nachdem nun Schleswig-Holstein, das Saarland und Bayern befreit sind von dieser 2G-Regelung beim Handel, ist es nun auch in Baden-Württemberg soweit. Tja, da fragen wir uns, wie es weitergeht. Diese 2G-Regel ist ja auch wirklich ein bisschen wischiwaschi. So argumentieren ja auch die Gerichte. Was sind Waren des täglichen Bedarfs, wenn sich jemand halt mit einer elektrischen Zahnbürste die Zähne putzen muss, damit seine Zahngesundheit optimal und auf dem besten Stand ist und die elektrische Zahnbürste geht kaputt, dann muss er natürlich in einen Elektrofachmarkt gehen können und sich eine neue holen. Auch das, denke ich mal, ist dann ein Artikel des täglichen Bedarfes. Man kann ja den Menschen nicht verbieten, ihre Zahnhygiene nach aus ihrer Sicht optimal zu gestalten. Ja, alles wischiwaschi, alles ein bisschen undurchsichtig und alles ein wenig hü und hot. Und darum, ja, ist alles so, wie es ist. Tja, und noch eine Tatsache in dieser Pandemie ist, dass wir viele neue Wörter gelernt haben, dass unser Duden bald überquellt von diesen vielen neuen Begriffen. Und jetzt haben wir erfahren, dass eine ganz normale Diskussion und Debatte im Bundestag um ein wichtiges Thema, also dann, wenn die Abgeordneten pro und kontra abwägen sollen und ja, das, was in einer Demokratie stattfinden muss, halt eine normale Demokratie, eine normale Debatte und Diskussion, das heißt jetzt Orientierungsdebatte, auch das hört sich sehr wichtig an, die Menschen, die hier im Bundestag sitzen und ihre Kohle verdienen, die müssen ja auch eine gewisse Arbeit leisten. Und mit dieser Orientierungsdebatte, da sind sie voll und ganz beschäftigt und verdienen auch das Geld, das sie verdienen. Fazit, hoffentlich sind sie nicht überlastet, mag der eine oder andere geneigte Zuhörer und Zuseher dann denken. Und ja, die Menschen sind dort ja auch vielleicht etwas überlastet, wegen dieser ständigen Orientierungsdebatten. Und noch was haben wir gelernt? Der Bundeskanzler und der Bundesgesundheitsminister, die positionieren sich zwar bereits klar für eine allgemeine Impfpflicht, um die es ja bei der Debatte dort geht, Aber sie verhalten sich neutral und wollen keinen eigenen Antrag einbringen. Um Gottes Willen, der Bundesgesundheitsminister und der Bundeskanzler müssen sich neutral verhalten. Was ist denn das für eine Kindergartenverhalten? Ich halte mich da raus, ich bin neutral. Nein, so geht es nicht, liebe Leute. Ihr müsst schon Stellung beziehen und müsst auch einen gewissen persönlichen Mut an den Tag legen. Aber vielleicht fehlt es ja da ganz erheblich. Zum Schluss noch eine kleine Meldung zu der Personalie. Max Otte, ein Mitglied der CDU, ein Mitglied der konservativen, christlichen, demokratischen Werteunion, also ein Mitglied aus einer, ja, wirklich demokratischen Partei, ist von der undemokratischen AfD als Herausforderer für unseren Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier aufgestellt worden. Max Otte ist der Kandidat der AfD und innerhalb der CDU gab es einen riesigen Aufschrei. Man droht mit Parteiausschluss und überschlägt sich mit verbalen Angriffen auf die Person Dr. Max Otte. Was uns allerdings aufgefallen ist, ja, das ist, dass aus den anderen Parteien relativ wenig Reaktion kam. Weder die FDP noch die SPD oder die Linken oder die Grünen haben sich großartig geäußert. Wir denken mal, das wird heute noch folgen. Oder man ist sich nicht mehr ganz so sicher, ob man sich da vielleicht nicht zu weit aus dem Fenster lehnen sollte. Auch ein Indiz dafür, dass es heftig bröckelt und bröselt. In diesem Sinne, Leute, wir bleiben dabei. Eine Mischung aus Hartnäckigkeit und Standhaftigkeit und einerseits und andererseits Gelassenheit und in unserer Mitte bleiben und, ja, uns nichts aus der Ruhe bringen lassen. Wir gehen spazieren, wir zeigen Gesicht, wir schauen über den Tellerrand und wir haben soziale Kontakte mit Freunden, Nachbarn und Verwandten. Wir nennen Zahlen, Daten und Fakten, so wie wir es in den letzten Wochen und Monaten gemacht haben. So machen wir es weiter. Es führt kein Weg daran vorbei, dass wir, ja, zielgerichtet, aber friedlich uns versammeln müssen und alles hinterfragen müssen. In diesem Sinne, Leute, habt einen schönen Tag. Ich wünsche euch, ja, alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und ciao.